Ich versuche jetzt in nicht allzu ausführlicher Form und hoffentlich gut greifbar und nachvollziehbar vorzustellen, wie ein ökologischer Zuchthet bei den Holsteins aussehen kann, der tatsächlich auch nicht ganz weit weg ist. Also der wird immer konkreter und ich tue mich noch etwas schwer, ihn ganz offiziell anzukündigen, weil es dazu noch keinen fertigen Beschluss gibt. Also da sind ja durchaus Gremien daran beteiligt, die so einen Zuchtwert auch abschließend sozusagen abwinken müssen, damit er dann kommt. Aber wir sind relativ kurz davor, dass das auch passieren wird. Genau, insofern ist es ein Stück weit der aktuelle Stand beim Konzept und einfach die Einführung in den Zuchtwert als solchen. Er hat auch mittlerweile einen Namen, den sage ich jetzt noch nicht, der kommt dann gleich. Genau, also das war vorher noch immer so ein bisschen unklar und jetzt gibt es aber zumindest eine Einigung darauf, was wir für einen Namen verwenden wollen. Vielleicht zur Entstehung, also so ganz vorne anfangend, wird diese Schnittstellenfunktion vielleicht auch noch mal deutlich, weil wir als erstes, als es darum gegen diesen Zuchtwert anzustoßen, in Kontakt getreten sind mit dem Bundesverband Rind und Schwein, der ja der Dachverband der Zuchtorganisationen ist, sowohl im Norden, also was den Holsteinbereich angeht, genauso wie im Süden. Also die süddeutschen Zuchtorganisationen sind ja auch im Fleckvieh-Bereich, auch im BRS organisiert, über die ASR dann noch zusätzlich. Und da sind wir erst mal auf offene Ohren gestoßen. Das war für uns sehr positiv im ersten Moment, weil wir das nicht zwangsläufig so erwartet hatten, dass wir da sehr positiv aufgenommen werden. Mittlerweile ist das so fest geworden in der Kooperation, dass wir seit kurzem außerordentliches Mitglied des BRS sind als ÖTZ. Das heißt, wir versuchen uns an der Arbeit direkt zu beteiligen und den Bundesverband auch weiter zu unterstützen und in der Hoffnung, dass sie mit uns gemeinsam auch Teile der ökologischen Rinderzucht voranbringen. Genau. Und der Grundgedanke, sozusagen der erste Aufhänger für die Gespräche war eben die Frage, ob so ein ökologischer Gesamtsuchtwert auf Basis der bestehenden Merkmale, mit dem Ziel eigentlich auch eine schnelle Umsetzung hinzubekommen, denkbar ist. Ganz platt. Und wenn man jetzt die weiteren Punkte sieht, dann war das durchaus möglich und ging auch relativ schnell. Also es war durchaus ein Interesse da, auch mit Blick auf darauf, dass der ökologische Bereich ein Zukunftsbereich ist, ein Bereich, der durchaus wächst. Also wir haben letztlich einen umgekehrten Strukturwandel im ökologischen Bereich. Wir bekommen mehr Betriebe, als dass es weniger werden. Und das hat zumindest beim BRS durchaus, glaube ich, auf offene Türen dann getroffen. Und daraus hat sich dann der Auftrag ergeben, auch ganz relativ offiziell aus dem Zuchtausschuss eine Arbeitsgruppe zu bilden, um so ein Konzept zu erarbeiten. Also ein Konzept für einen Zuchtwert. Die Zusammensetzung steht hier jetzt. Das ist eine Zusammensetzung aus dem BRS, aus dem VIT als Rechenzentrum. Also letztlich dem Dienstleister, der diese Zuchtwertumsetzung und Entwicklung und Berechnung durchführt. Professor Swall war als Vertreter der Wissenschaft, der in einem Forschungsprojekt schon mal an ähnlichen Themen gearbeitet hat und es da auch schon eine Blaupause gab für einen möglichen Zuchtwert. Und für die ÖTZ war ich persönlich dabei. Und Guido Simon, der jetzt auch, glaube ich, als Zuhörer dabei ist. Also insofern vielleicht auch noch die Möglichkeit, mit einem renommierten Holsteinzüchter auch noch eine zweite Meinung sozusagen dazu zu holen und zu hören. Falls Fragen bestehen oder falls Guido Interesse hat, kann er sich gerne auch im Nachgang noch mit einschalten. Wir hatten dann im August 2022, also etwas von einem Dreivierteljahr, ein erstes Treffen, was sehr positiv konstruktiv war und aus dem direkten Konzept herausgelaufen ist, was ich dann gleich im Detail vorstelle. Dann gab es im weiteren Verlauf die Vorstellung dessen intern erst mal, also in der ÖTZ und an Stellen, wo es Sinn machte. Plus auch der öffentlichen Veranstaltung, um einfach das mit Landwirten zu besprechen. Also mit sowohl mit Landwirten als Beratern in die Diskussion zu gehen. Wie stellt sie dieses Konzept ein? Wie seht ihr das? Hat das eine Substanz? Ist das für euch in der Praxis relevant? Genau da gab es zwei Online-Veranstaltungen. Vielleicht war der eine oder andere dabei und hat das gesehen und sich beteiligt. Genau, es gab zwischenzeitlich auch ein paar Artikel, also ich habe das versucht, noch weiter vorzustellen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, jetzt gerade ganz aktuell, wo wir in die Phase gehen, wo es Testrechnungen geben wird vom VIT aus. Und es ist weiterhin so, dass der offizielle Beschluss noch aussteht. Also der Zuchtwert ist sozusagen noch nicht voll abgesegnet, aber die Zielstellung ist weiterhin in dem August zu veröffentlichen. Und deswegen werden die Testrechnungen jetzt relativ bald kommen. Und dann gibt es noch einzelne technische Aspekte und vielleicht eine leichte Änderung bei den Einzelgewichtungen. Aber dann ist die weitergehende Zielstellung im August. Also zur nächsten Zuchtwertschätzung werden wir hoffentlich einen ökologischen Gesamtsuchtwert bei den Holsteins haben. Genau. Jetzt habe ich den, das habe ich leider vergessen. Das sollte eigentlich auf der Folie draufstehen. Der Zuchtwert, so wie wir ihn jetzt im Konzept gesehen haben, soll am Ende RZ Öko heißen. Der Hintergrund ist der, dass die Nomenklatur bei den Holsteins typischerweise mit RZ anfängt. Es gibt den RZG und den RZ Euro. Zum Vergleich dazu kommen die auch gleich nochmal. Und dann war kurz die Frage, ob wir den Zuchtwert sehr neutral benennen, also nicht auf den Ökobereich zuschneiden, was durchaus ja einen Reiz hätte, um ihn auch unter Umständen für konventionelle Betriebe interessant zu machen, die ähnliche Ziele verfolgen. Auf der anderen Seite ist es für uns schon wichtig, die Trendsteife zu haben und die klare Ausrichtung auf ökologische Betriebe. Das ist der Ausgangspunkt, das ist der Ursprung. Und insofern haben wir uns dann letztlich dafür entschieden, dass der RZ Öko heißen soll. Genau. Wichtig in der Einordnung ist es aus unserer Perspektive, aus meiner persönlichen und eigentlich aus der Entwicklung heraus, ist, dass es nicht irgendwie als, weder als sozusagen als kleine Ergänzung da sein soll, sondern eigentlich eine gleichberechtigte Ergänzung zum RZG und RZ Euro, aber eben auch kein Gegenentwurf sein soll. Das heißt, er soll das Spektrum erweitern, das es eh schon gibt mit diesen zwei Gesamtsuchtwerten bei den Holsteins. Das ist ja auch im Prinzip eine besondere Situation, weil es auch aus dem konventionellen Bereich schon zwei Gesamtsuchtwerte gab, die unterschiedliche Ausrichtungen haben. Und im Prinzip geht es darum, das weiterzuführen und einen Suchtwert nebenan zu stellen, der sich stärker in eine etwas andere Richtung entwickelt und einen anderen Schwerpunkt setzt als der RZG und der RZ Euro. Und der Schwerpunkt soll liegen darin, dass wir eigentlich darauf abzielen, als Zielstellung hohe Lebensleistungen durch gesunde, robuste und langlebige Kühe mit hohen Grundfutterleistungen erzielen zu wollen, weil wir das als Idealziel für die ökologische Landwirtschaft und auch die Zukunft der ökologischen Milchviehhaltung im Holsteinbereich sehen. Und insofern spielt dieses Thema der Resilienz oder Robustheit bei den Bedingungen, die die meisten Betriebe haben, gerade wenn sie sehr extensiver arbeiten, also sehr stark grundfutterbasiert arbeiten und je nach Standort, das zum Teil auch mit sehr schwankenden Qualitäten verbunden ist, eine immer größere Rolle. Und die wird auch in Zukunft eher größer werden, wenn man den Klimawandel bedenkt und unter Umständen auch kommende zusätzliche Anforderungen an die ökologische Milchviehhaltung, was zum Beispiel Kraftfutterbegrenzungen angehen könnte und so weiter. Und auch die Positionierung, die man aus dem Bereich heraus selber anstrebt. Damit verbunden haben wir das Ziel, mittelrahmige, nicht zu scharfe Kühe als Ziel zu setzen, also durchaus im Zuchtwert auch umzusetzen, was letztlich darauf basiert, dass man Merkmale wie Größe versucht, irgendwo in dem Zuchtwert mit zu berücksichtigen, ohne sie direkt über irgendwelche scharfen Grenzen abzuwerten. Und das Gleiche gilt, was jetzt als letzter Punkt da drin auch entsteht, dass wir durchaus auch versuchen wollten, Extreme, zum Beispiel bei der Milchmenge, ein Stück weit zu regulieren. Und wir haben relativ schnell festgelegt oder gesagt, dass es wenig Sinn macht und im Prinzip auch technisch nicht umsetzbar ist in so einem Zuchtwert, das über irgendwelche Grenzen zu machen, sondern dass es eigentlich sinnvoll ist, das über die Merkmalskombinationen zu machen. Genau, und das führt mich zum eigentlichen Vorschlag oder zu dem Gewichtungskonzept, wenn man so will, der jetzt aus dieser Arbeitsgruppe rausläuft. Was Sie jetzt sehen, ist die relative Gewichtung und die einzelnen Merkmale. Ganz oben steht die Nutzungsdauer. Grün hinterlegt sind die funktionellen Bereiche, könnte man sagen. In Blau die Leistungskomponente oder die Leistungsmerkmale. Und hier ist jetzt grau hinterlegt eine Besonderheit, die im weitesten Sinne zur Leistungskomponente zu zählen ist, die aber besonders hervorzuheben ist. Deswegen ist sie hier grau dargestellt. Ich fange mal mit den funktionellen Merkmalen kurz an und gehe die einmal durch. Also wir haben einen sehr hohen Schwerpunkt bei der Nutzungsdauer. Das heißt, Langlebigkeit ist ein wichtiger Baustein. Und das auch sehr, 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 ja, vorherrschend, könnte man sagen. Dann kommt im nächsten Schritt die Gesundheit. Über den etwas angepasst im Ursprung zu dem Ausgangskonzept über den RZ Gesund. Wir hatten ursprünglich die Einzelmerkmale einzeln aufgeführt und haben jetzt aber in der weiteren Vorbereitung, auch in der Vorbereitung der Testrechnung mit dem VIT abgestimmt, dass die ursprünglich gewählte Reihung der Merkmale so nah am RZ Gesund liegt, dass es wesentlich einfacher ist, in der Umsetzung den RZ Gesund zu verwenden. Dadurch ändert sich die Reihung der Merkmale, so wie wir sie ursprünglich vorgesehen hatten, nur marginal. Und insofern macht es Sinn, dann den RZ Gesund mit einem relativ hohen Gewicht in den Zuchtwert einfließen zu lassen mit 21 Prozent. Dann kommt der Body Condition Score. Für uns ein sehr wichtiges Merkmal, weil es erstens ein Abgrenzungsmerkmal ist. Das heißt, es ist ein Merkmal, was in dieser Form in anderen Gesamtzuchtwerten bei den Holsteins aktuell nicht berücksichtigt wird. Und gleichzeitig für uns ein sehr spannendes Hilfsmerkmal auf der einen Seite für die Robustheit, in gewisser Hinsicht auch für die Doppelnutzungsfähigkeit, also für die Konditionierung der Tiere und über die positiven genetischen Korrelationen zusätzlich zur Nutzungsdauer zusätzlich auch ein spannendes Hilfsmerkmal auch noch für die Langlebigkeit ist. Also das heißt, da ist eine gute genetische Beziehung zu den Eigenschaften, die wir sowieso im Zuchtwert haben wollten. Und das Kalbeverhalten ist für uns gleichzeitig auch ein Baustein, der eine ökonomische Relevanz hat. Das ist klar, das wissen wir auch aus dem RZ Euro und aus der ökonomischen Ableitung. Das gilt genauso für die ökologischen Betriebe und deswegen wollten wir es mit drin haben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, so etwas wie funktionelles Exterieur und gerade auch die Fruchtbarkeit stecken nicht mit drin. Da sei gesagt, dass die sehr hohen genetischen Korrelationen zur Nutzungsdauer dafür Sorge tragen, dass auch da einen Zuchtfortschritt generiert werden. wird und also zumindest ist das die Erwartung und wir hoffen, dass jetzt auch in den Testrechnungen abbilden zu können, dass man an der Stelle auch noch mal den Blick wirft auf den erwarteten Selektionserfolg und Zuchtfortschritt auch in weiteren wichtigen Merkmalen. Die Fruchtbarkeit ist sicherlich ein Merkmal, die auch sicherlich ein hohes ökonomisches Gewicht hat und wir gehen aber in der Gesamtheit des Zuchtwerts davon aus, dass es da auch einen hohen Zuchtfortschritt gibt. Beim Exterieur ist es ein bisschen spezieller. Das Exterieur selber ist, wenn man es ökonomisch betrachtet, sehr schwer mit dem ökonomischen Gewicht ableitbar. Das heißt, das Exterieur hat eigentlich kein eigenständiges ökonomisches Gewicht in so einem Zuchtwert, wenn man an die ökonomische Ableitung denkt. Gleichzeitig ist aber klar, dass es durchaus Exterieur Merkmale gibt, die einen hohen Einfluss auf die Funktionalität haben und dementsprechend auch wichtig sind. Auch da gibt es hohe Korrelationen, gerade für die Merkmale, die wichtig sind, zur Nutzungsdauer im positiven Bereich und deswegen macht es auch Sinn, die Nutzungsdauer stark zu berücksichtigen. Wichtig bei der Frage ist auch noch mal zu ergänzen, dass es nicht darum geht, dass man ausschließlich auf Nutzungsdauer züchten möchte. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass man nur noch auf Nutzungsdauer züchtet, sondern es geht darum, dass man ausgewogen in diesem Zuchtwert die Aspekte Langlebigkeit und Funktionalität, Gesundheit in den Vordergrund stellt und die Robustheit, wenn auch nur in einem kleineren Rahmen, weil uns da schlicht die Merkmale fehlen und die aus unserer Sicht in ein sinnvolles Verhältnis zur Leistungskomponente stellt. Wenn man sich jetzt ein bisschen auskennt in den anderen Bereichen, also beim Fleckvieh und beim Braunvieh, dann sieht man, dass man auf ein ähnliches Verhältnis kommt, was die Leistung zur Fitnesskomponente angeht. Das war jetzt nicht unser Hauptfokus, aber es ist am Ende genau das dabei rausgekommen. Und das ergibt sich schlichtweg aus den Verhältnissen auf den ökologischen Milchviehbetrieben. Guido, wie ich gerade sehe, weist im Chat noch darauf hin, dass durchaus ja die Reproduktionsstörungen auch eine direkte Komponente sind, die die Fruchtbarkeit mit berücksichtigen. Das kann ich an der Stelle auch bestätigen. Also das letztlich ist der Gedanke an der Stelle auch, dass es für uns nicht zielführend war, jetzt die Fruchtbarkeit als solches mit zu berücksichtigen, weil sie über die Korrelationsbeziehungen durchaus berücksichtigt ist. Genau, und jetzt noch kurz zur Leistungskomponente und der Besonderheit, die da mit drin steckt. Wir haben ungefähr eine Aufteilung Fitness zu Leistungen von 2 zu 1, also ungefähr zwei Drittel Fitnesskomponenten und Gesundheit, Langlebigkeit, Gesundheit und ein Drittel Leistung. Und in dieser Leistungskomponente steckt dabei ein Aspekt mit drin, der aus unserer Sicht auch noch spannend ist und wichtig ist für den Zuchtpferd, nämlich die negative Gewichtung der reinen fett- und eiweißfreien Milchmenge. Hier steht jetzt Milchkilogramm, weil die Milchkilogramm als Merkmal das Hilfsmerkmal sind für die fett- und eiweißfreie Milchmenge, weil das sehr hoch, Entschuldigung, positiv korreliert. Und wir wollten diesen Aspekt mit drin haben, weil wir eigentlich Vererber, die ausschließlich Milchmenge vererben und im Extremfall auch hohe fett- und eiweißfreie Milchmengen vererben, dass wir die eigentlich abwerten wollen. Wir wollen Vererber haben, die Extreme in dieser Richtung nicht zeigen, sondern die eigentlich in der Regel hohe Inhaltsstoffe mit sich bringen sollen und im Zweifelsfall eher eine angepasste Leistung bei der Milchmenge. Also die Inhaltsstoffleistung ist uns wichtiger als die reine Mengenleistung, könnte man sagen. Und das ist durchaus nochmal eine spannende Frage jetzt für die Fertigstellung und Finalisierung des Zuchtwerts, weil es gleichzeitig auch von den Milchkilogrammen eine hohe Korrelation zu den Inhaltsstoffmengen gibt und es deswegen durchaus nicht ganz trivial ist, wie man diese Gewichtung macht. Und es durchaus sein kann, dass wir am Ende, um das sinnvolle Ziel erreichen zu wollen, was ich gerade beschrieben habe, was die Leistungsvererbung angeht, dass wir die Gesamtgewichtung der Leistung noch etwas anheben müssen, damit sich das nicht gegenseitig aufhebt, was hier jetzt steht. Also, dass nicht die sozusagen negative Gewichtung der Milchmenge dann die Leistungskomponente noch kleiner macht, als sie eh schon ist in dem Zuchtwert, weil das wiederum nicht zielführend ist, weil wir schon einfach einen Effekt haben wollen, der auch die Leistung fördert. Also das kommt am Ende auch nochmal im Vergleich zwischen ÖZW und RZÖKO. Den habe ich noch eingebaut, einfach um so ein bisschen den Blick zu weiten. Genau, jetzt zum Vergleich, einfach um das ein bisschen anschaulicher zu machen, sieht man hier die drei, in Zukunft dann drei Zuchtwerte im Holsteinbereich. In der Mitte der RZG, das offizielle Zuchtziel immer noch, also der Zuchtwert, der in den Programmen eigentlich den Zuchtprogrammen maßgeblich ist und der klassische Gesamtzuchtwert ist sozusagen, der sich auch stark entwickelt hat und stark verändert hat im Laufe der Zeit. Dann hat man auf der rechten Seite den RZ Euro, der letztlich auf einer direkten ökonomischen Ableitung basiert, also auf der Ableitung von ökonomischen Kennzahlen von konventionellen Betrieben und durchaus Änderungen oder durchaus Abweichungen hat zum RZG, beispielsweise dadurch, dass er das Exterieur komplett ausblendet, also letztlich auf der gleichen Begründung, die ich gerade schon genannt hatte, weil es aus der Ableitung heraus nicht gut ökonomisch darstellbar ist, beziehungsweise keine ökonomischen Gewichte sich direkt ergeben fürs Exterieur. Und auf der linken Seite sieht man dann den RZ Öko als Konzept in der fertigen Form sozusagen jetzt in die Testrechnung eingeht. Und gekennzeichnet sind da dann nochmal zusätzlich diese Bereiche negative Milchkilogramm. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch einen Pointer dazu nehmen kann. Hier sieht man meine Maus. Könntet ihr mir das einmal bestätigen? Genau, das ist super. Also hier der Bereich der negativen Gewichtung der Milchmenge von Milchkilogramm als Hilfsmerkmal für fett- und eiweißfreie Milchmenge. Und hier der Bereich BCS als Robustheits-Funktionalitätsindikator-Merkmal. Genau. Und damit sieht man schön, dass sich die Gewichtung sozusagen im Vergleich zu den beiden weiteren Gesamtzuchtwerten stark in Richtung Funktionalität verschiebt. Und man dadurch irgendwie, man könnte das durchaus als Spektrum verstehen, was man jetzt hier sieht, um einfach die Vielfalt der Zuchtziele abbilden zu können in so einer Population. Und aus unserer Sicht wird dieser RZ Öko deutlich stärker dem gerecht, was empfehlbar ist für ökologische Betriebe und sicherlich auch in gewisser Hinsicht auch den auf den Betrieben angestrebten Zuchtzielen stärker entspricht als die beiden Merkmale, beiden Zuchtwerte auf der rechten Seite. Was nicht heißt, dass es natürlich genauso ökologische Betriebe geben wird, die eher intensiver wirtschaften und sich dementsprechend auch eher auf der rechten Seite einordnen, was ihre Zuchtziele angeht. An der Stelle geht es schlicht um Ergänzung und auch um eine bessere Darstellung der Vielfalt. Also das wäre für uns auch nochmal wichtig. Es geht da nicht um Scheuklappen, sondern es geht darum, sich schlichtweg in beide Bereiche entwickeln zu können. Und wenn wir am Ende aus diesen drei Zuchtwerten einzelne Top-Listen haben, dann wird jeder irgendwo was finden, das und das auf den ersten Blick. Also das heißt, es hat eine ähnliche Zielstellung, wie es letztlich auch der ÖZW beim Fleckvieh hat, nämlich schlichtweg transparenter und besser darstellbar zu machen, welche Tiere wirklich empfehlenswert sind für ökologische Betriebe für den Einsatz. Wie ist das weitere Vorgehen jetzt? Ich hatte ja gesagt, Zielstellung ist im August zu veröffentlichen. Das läuft jetzt. Also das heißt, die Testrechnungen sind da jetzt in der näheren Zukunft. Und dann letztlich die abschließende Festlegung. Ich hatte ja gesagt, es kann noch leichte Veränderungen geben. Also es könnte unter Umständen noch etwas Verschiebungen geben, was die Gewichtung der Leistungskomponente angeht. Und in den anderen Bereichen ist das eher unwahrscheinlich. Aber an der Stelle kann noch ein bisschen was passieren. Ich bin weiterhin im Gespräch. Das habe ich jetzt nicht ausgeführt in dieser Detailreichheit. Das kommt hinterher aber nochmal, weil wir durchaus das Ziel haben, auch nochmal etwas genauer zu ergründen, wie denn die ökonomische Gewichtung auf Basis von Buchhaltungsdaten tatsächlich aussehen wird. Das ist im weitesten Sinne ein Fachthema, was aus meiner Sicht aber durchaus wichtig ist, um auch die fachliche Akzeptanz dieses Zuchtwerts weiter zu stärken. Es ist einfach durchaus interessant, sich einmal anzuschauen, ob sich gut darstellen lässt, dass es eine breite Basis an ökologischen Betrieben gibt, die diesem Zuchtziel tatsächlich auch ökonomisch so gerecht werden. Also wo sich dieses Zuchtziel in der Gewichtung auch so aus der Ökonomie der Betriebe ergibt. Das ist letztlich die, ich sage jetzt mal, fachlich fundierteste Form, so einen Zuchtwert abzuleiten. Das heißt schlichtweg zu schauen, welche Merkmale haben das größte ökonomische Gewicht in der Praxis. Und die sollten auch dementsprechend gewichtet sein in so einem Zuchtwert. Und ich komme am Ende noch mal kurz dazu, um so ein bisschen auch die Perspektive zu zeigen, wo wir da stehen. Das ist ein etwas aufwendigerer Prozess. Das zeichnet sich jetzt relativ stark ab, der nicht ganz so einfach ist, logischerweise. Und genau, ich würde es aber trotzdem mit erwähnen, weil ich das durchaus wichtig und auch interessant finde, im Zweifelsfall, was die Perspektiven angeht. Genau, sobald der Zuchtwert steht und wir erste Ergebnisse haben und es auch klar beschlossen ist, also das heißt, wenn es sobald es einen Beschluss gibt von Seiten auch der Zuchtorganisationen, würden wir daran gehen, den Zuchtwert stärker zu bewerben, also ihn schlichtweg vorzustellen und auch in die Bewerbung zu gehen. Dazu gibt es auch einen Projektantrag. Das heißt, im Idealfall haben wir da etwas mehr an Ressourcen. Das heißt, es werden Artikel kommen, es werden Anzeigen kommen. Es wird Flyer geben, also Öffentlichkeitsarbeitsmaterial. Es wird hoffentlich eine Einbindung in die Homepage geben, in die offizielle bei den Holsteins und es wird dann auch weitergehende Veranstaltungen geben, über die sich hinaus. Also wir planen dann nochmal eine gezielte Veranstaltung, auch online, um das breit vorzustellen und dann wird es auch noch Veranstaltungen von den einzelnen Organisationen im Idealfall geben. Um so ein bisschen die Perspektive weiter anzusprechen, was wir uns eigentlich von diesem Zuchtwert so ein bisschen erhoffen, also welchen Impuls wir uns davon erhoffen, dass der kommen soll. Kurz- bis mittelfristig geht es letztlich darum, eigentlich die Anforderungen erstmal stärker berücksichtigen zu können. Also ähnlich wie der Ölzeitwieder steht, dass wir einfach eine Möglichkeit haben, die Anforderungen darzustellen, direkte Empfehlungen abzuleiten und an der Stelle auch einfach einen Impuls in die Zucht geben zu können, wo auch klar wird, dass erstens die ökologischen Betriebe gehört werden und zweitens auch eine Entwicklungsperspektive da ist. Also der Zuchtwert soll ja nicht so bestehen bleiben. So ein Zuchtwert muss sich auch weiterentwickeln. Insofern ist das auch ein Start für eine Weiterentwicklung. Im Idealfall vielleicht auch über Rassen hinweg, dass man ein Stück weit gemeinschaftlich aufzeigen kann, was für die ökologische Rinderzucht wichtig ist. Mit den Spezifitäten der einzelnen Rasse, aber durchaus mit ähnlichen Herangehensweisen und Konzepten. Da komme ich dann gleich auch noch mal kurz zu. Wir haben im Moment eine Situation, wo wir auf der Gesamtzuchtwertebene nicht gut Empfehlungen erstellen können, weil wir so einen Zuchtwert eben noch nicht haben. Wir haben als ÖTZ so eigenständige Bullenempfehlungen erstellt über Einzelzuchtwertkriterien. Das heißt über Grenzen, könnte man sagen, also Mindestgrenzen oder Maximalgrenzen, Höchstgrenzen. Und das ist wesentlich unflexibler, als es so ein Gesamtzuchtwert ist, der letztlich die Komplexität und die Zusammenhänge der Merkmale besser berücksichtigt und dementsprechend auch viel bessere Empfehlungsgrundlagen bietet. Also unser Gedanke dabei ist, dass wir schlichtweg am Ende eine Topliste erstellen können, so ähnlich wie es beim ÖZW auch ist. Und wir dann viel einfacher letztlich Empfehlungen erstellen können, ohne dass sie stark zensiert sind oder man ständig an irgendwelchen scharfen Grenzen rumdoktern muss. Und die Punkte, die jetzt kommen, also die Aktivierung für die Zucht der Betriebe, mehr Transparenz letztlich für das, was an geeigneten Bullen noch da ist für die ökologischen Praxisbetriebe oder was heißt noch da ist, also was da ist, schlichtweg ist ein wichtiger Punkt. Und eben das, was ich angesprochen hatte, so ein bisschen die Verzahnung der Aktivitäten rasseübergreifend haben wir durchaus auch im Hinterkopf. Also dass man gemeinschaftlich bei den Zielen, die sich stark überlappen, einfach ein stärkeres Gewicht erzeugen kann. Und mittel- bis langfristig steckt da natürlich noch mehr dahinter, dass man einfach generell einen stärkeren Entwicklungsimpuls setzt, um mehr Angebote zu schaffen. Vielleicht ein eigenes Label, so ähnlich wie es beim ÖZW auch ist. Und in Richtung Anbauungsplanung denken zu können, also dass man die bestehenden Möglichkeiten, die es gibt und die ja eher mehr werden, als dass sie weniger werden, mit Blick auf die moderne Zucht und das Zielgerichtete, auch gerade das Betriebsspezifische, dass man das an der Stelle stark verzahnt. Das ist so ein Stück weit auch natürlich eine spannende Entwicklungsperspektive. Am Ende ist aber auch klar, das trägt sich nur dann sinnvoll und lebt nur dann gut, wenn es mehr Nachfrage gibt. Das heißt, letztlich müssen die Bullen aus so einer Liste nachgefragt werden. Nur dann entsteht auch mehr Angebot von Seiten der Organisation. Und nur dann gibt es auch wirkliches Interesse, so etwas weiterzuentwickeln. Am Ende ist das durchaus natürlich ein geschäftlicher Aspekt. Also wenn der Zuchtwert sich nicht bewährt und diese Bullen nicht verkauft werden, dann kann es passieren, dass der Zuchtwert natürlich so ein bisschen in der Versenkung hängt. Und das ist letztlich aber auch von uns abhängig, dass wir an der Stelle versuchen, den Zuchtwert stärker schlichtweg in die Umsetzung zu bekommen. Wenn man sich jetzt so grob das Konzept einmal angeguckt hat, dann merkt man aber auch, dass ein paar Aspekte, die vielleicht aus dem ÖZW-Bereich schon so gesetzt sind und auch aus der Tradition der ökologischen Rinderzucht vielleicht heraus, die jetzt in diesem Zuchtwert noch nicht berücksichtigt sind. Hier stehen jetzt so ein paar, zum Beispiel diesen Punkt der Steigerungsfähigkeit und der angepassten Einsatzleistungen. Das sind auch Aspekte, die in den Diskussionen und nach der ersten Vorstellung des Konzepts immer wieder genannt wurden, die wir auch selber schon angesprochen hatten in der Arbeitsgruppe. Und die jetzt nicht deswegen nicht da drin stecken, weil wir sie nicht gerne drin gehabt hätten, sondern weil sie im Moment auf der Zuchtwertbasis der verfügbaren Merkmale schwer zu berücksichtigen sind. Das heißt, wir haben eine Situation bei den Holsteins im Moment, wo wir zum Beispiel die Steigerungsfähigkeit über Laktationen hinweg nicht ohne weiteres im Zuchtwert berücksichtigen können, weil das VIT im Moment keine Möglichkeit hat, für genomische Jungbullen zum Beispiel Einzellaktationszuchtwerte zu berücksichtigen, weil die schlichtweg nicht zur Verfügung stehen auf internationaler Basis. Und wir deswegen einfach die Schwierigkeit hatten, das nicht ohne weiteres in den Zuchtwert einfließen zu lassen oder wenn, dann nur mit etwas höherem technischen Aufwand und Entwicklungsaufwand. Dass das geht, ist keine Frage. Und dass es auch Entwicklungen in die Richtung geben soll und wird, würde ich jetzt auch nicht in Frage stellen, weil es durchaus ein Interesse daran gibt. Aber im Moment war es im ersten Schritt nicht möglich, das zu machen. Und wir haben so ein paar Vorschläge gemacht, die in die Richtung zielen, ohne dass das jetzt sofort in so einen Zuchtwert einfließen muss. Zum Beispiel die Laktations- und Zuchtwertkurven wieder zugänglich zu machen, so wie es beim Flexi auch der Fall ist. Also die geschätzten Laktationskurven aus den Random Ration-Milchleistungsmerkmalsmodellen, dass man die zum Beispiel wieder zugänglich macht. Die waren eine Zeit lang öffentlich für den Holsteinbereich, sind dann irgendwann eingestampft worden, also zumindest nicht mehr zugänglich. Und das ist aber eine relativ praktikable Möglichkeit, um schlichtweg für den Bullen eine Information dazu zu bekommen, ob er erstens persistent ist. Da kommen wir hinterher noch zu, dass es im Holsteinbereich da ja auch eine Entwicklung gibt. Und gleichzeitig eben aber auch gerade so Steigerungen über Laktationen auch darstellen zu können. Also dass man auch die Einzelzuchtwerte wieder veröffentlicht. Sobald die Bullentöchter geprüft sind, sind die da, sind die zur Verfügung aus der konventionellen Zuchtwertschätzung. Und natürlich könnte man sie auch mit veröffentlichen. Genau. Und das, was ich meinte mit der Entwicklungsperspektive, das ist eben was, was, ich sage jetzt mal, von uns angestoßen werden muss und gleichzeitig dann aber auch umgesetzt werden muss. Also da müsste dann schlichtweg was gerechnet werden. Und das ist dann wiederum mit höherem Aufwand verbunden. Wir sehen das aber als einen wichtigen Aspekt, den, ich sage jetzt mal, ich würde jetzt vorsichtig sagen, den wir auf jeden Fall mittelfristig irgendwie in diesen Zuchtwert mit reinbekommen müssen, dass wir die Steigerungen über Laktationen hinweg und auch gerade die Berücksichtigung dessen, dass wir die Maximalleistungen von den Tieren auf den ökologischen Betrieben eigentlich eher später im Leben haben wollen. Also nicht in der ersten Laktation, sondern im Zweifelsfall eher in den Folge-Laktationen. Dass wir letztlich diese Steigerungsfähigkeit, die nachgefragt wird, auch berücksichtigen können. Ein Zusatzaspekt, der steht jetzt hiermit drauf, weil er bei den Entwicklungsperspektiven relativ nahe liegt oder dass es da auch einen Ansatz gibt, sind so Aspekte wie der Biotechnologie-Einsatz, der ja durchaus diskutiert wird, auch im Kontext der Öko-Zucht immer wieder. Also einmal, weil es da Richtlinien gibt, die zum Beispiel für den Demeter-Verband den Einsatz von ET-Bullen schlicht ausschließen. Und genauso gibt es durchaus ja kritische Stimmen auch in den anderen Verbänden, die das zumindest, also die zumindest es notwendig machen, da eine Transparenz herzustellen. Welche Tiere sind aus ET? Wie ist die Entwicklung dessen? Und welche Tiere sind eben auch nicht aus ET? Es gibt jetzt aktuell den Vorschlag, dass wir in der Bullendatenbank dafür eine Kategorie eingeführt bekommen, die die Bullen als ET frei ausweist. Also mit einer ähnlichen Zielstellung, wie es jetzt bei Flexi und Braunfie in den Bullendatenbanken auch gekennzeichnet wird, dass die Einzelbetriebe eine klare, transparente Möglichkeit haben für die einzelnen Bullen, die eingesetzt werden können, auch eine Information dazu zu bekommen, ob der Bulle zum Beispiel aus ET stammt. Also das wäre ein erster Schritt. Da haben wir jetzt eine Hoffnung dran, dass das relativ zügig geht und wir da auch in der Bullendatenbank eben einfach eine Ergänzung bekommen. Und dann gibt es noch weitere Aspekte. Die stehen jetzt hier auf der zweiten Seite, wobei der erste Punkt mit der Persistenz relativ nahe liegt, weil der Zuchtwert jetzt eingeführt ist. Ich komme bei den aktuellen Punkten hinterher nochmal drauf zurück, zu zeigen, wie der gestaltet ist und was die Ausrichtung dessen ist. Die ist etwas anders als in anderen Ländern im Holsteinbereich, was die Persistenz angeht. Aber ich würde sagen, wir können erstmal froh sein, dass wir überhaupt einen Persistenzzuchtwert haben mittlerweile in Deutschland. Der hat ja durchaus ein bisschen auf sich warten lassen. Also war lange in der Entwicklung und gleichzeitig ist aber klar, dass das ein Merkmal ist, was wichtig ist, auch gerade für die ökologischen Betriebe wichtig ist. Ob das in der Form, wie er jetzt eingeführt ist, genau der richtige Zuchtwert ist am Ende, um das abzubilden, was wir jetzt so intuitiv oder auch ganz handfest anhand der Anforderungen der Betriebe ableiten würden, ist dann die andere Frage. Da komme ich dann nachher nochmal kurz zu. Und dann sind so weitere Aspekte, gerade mit Blick auf Robustheit und Resilienz, natürlich auch wichtig. Also letztlich die Futtereffizienz und das Lebendgewicht, die in der Entwicklung sind. Das sind Merkmale, die jetzt aktuell noch nicht zur Verfügung stehen, die aber in Zukunft sehr wichtig werden, aus meiner Sicht. Und da muss man schlicht abwarten, wie die Einführung abläuft, wann sie kommen, um dann sie sinnvoll berücksichtigen zu können in solchen Gesamtzuchtwerten. Das gilt auch nicht nur für den RZ Öko, das gilt ja für die anderen Zuchtwerte genauso, für die anderen Gesamtzuchtwerte. Also da ist schlichtweg noch eine Frage dran. Und für uns sind auch Aspekte wie die Steigerungsfähigkeit zum Beispiel Aspekte, die eigentlich sinnvoll erstmal evaluiert werden müssen, weil uns da schlicht eine Grundlage fehlt bei den Holsteins. Also wir haben im Moment gar keine Möglichkeit, die Beziehung wirklich gut und fundiert bewerten zu können, außer ins Ausland zu schauen. Das ist so ein bisschen die Problematik dabei. Und vielleicht als Ausblick noch, dieser Punkt mit den Biotechnologien war schon angesprochen. Und natürlich stellen sich dann auch was, was die Entwicklung in der Richtung angeht, weitere Fragen und in welcher Form man sie irgendwie vielleicht auch in der Entwicklung dieses Zuchtwerts und dem, was da dranhängt, berücksichtigen kann. Das sind, denke ich, ähnliche Fragestellungen und auch dementsprechend Überschneidungen, wie sie sich in den anderen Bereichen und anderen Rassen auch stellen. Ideen und Perspektiven, das soll vielleicht dazu ergänzend gesagt sein. Also wir sehen es so, dass das ein Start ist in einer Entwicklung. Also wir wollen den Zuchtwert gerne weiter betreuen, ihn weiter bearbeiten und im Idealfall auch dauerhaft. Und insofern ist da durchaus der Punkt, dass einfach Ideen und weitere Anregungen, weitere Anforderungen immer gefragt sind und wir uns damit beschäftigen können, das gemeinschaftlich mit dem BRS und dem VIT weiterzuentwickeln. Und vielleicht kommen wir auch irgendwann an den Punkt, dass wir so was wie ein stehendes Gremium haben, was sich um Öko-Rinderzucht kümmert, so wie es in Süddeutschland ist, für den für den norddeutschen Holstein-Bereich. Also das wäre vielleicht nochmal ein spannendes Ziel für die Zukunft. Oben ist eine Grafik, eine kurze Übersicht von Dieter Krogmeier, die ich immer ganz händisch fand und ganz griffig und habe versucht, die einmal kurz zu ergänzen für den Holstein-Bereich. Vielleicht besser wäre eigentlich noch der Vergleich zum ÖZW beim Braunvieh, weil das ja auch in der Tendenz eher eine Einrichtungsrasse ist. Insofern passt vielleicht das untere dann so ein bisschen auch in Richtung des Braunviehs. Wenn man es vergleicht, ist es schlichtweg, geht es darum, dass man so ein bisschen den Schwerpunkt verlagert. Und das, was beim ÖZW hier steht, als die Milchleistung leicht verbessern, die Fleischleistung halten, also die Leistungskomponente nicht überbetonen, aber gleichzeitig die Fitness deutlich zu verbessern, folgt dem gleichen, da folgt der RZ-Öko der gleichen Zielstellung. Also dreht das im Prinzip um, was in den anderen Gesamtzuchtwerten betont wird, wo die Milchleistung deutlich verbessert werden soll im Holstein-Bereich und auch die Fitness und Gesundheit verbessert werden soll, aber eben eher mit einem etwas untergeordneteren Schwerpunkt. Und das dreht sich letztlich und der Schwerpunkt bei der Verbesserung der Milchleistung sollte nicht zulasten von Fitness, Robustheit und Gesundheit an der Stelle gehen. Und insofern ist die Überschneidung in den Konzepten an der Stelle sehr groß. Im Detail gibt es Unterschiede, einmal weil es unterschiedliche Rassen sind und weil es auch unterschiedliche Möglichkeiten, was die Merkmale angeht, gibt. Das war so der Rundumschlag. Ich hoffe, es war relativ kompakt und hoffentlich auch gut nachvollziehbar. Und wir können gerne das noch ein bisschen in Fragen vertiefen und wie gesagt auch gerne darüber diskutieren.